hallo mein graf freunde ja ich hatte da ein kleines problemchen mit dem tutorial von dem kurs launcher leider ist das video nicht mehr da ich habe meine ganzen videos auf youtube durchgeschaut ist verschwunden das tutorial deshalb mache ich das tutorial zu dem kurs launcher noch mal neu hatte ich euch ja auch versprochen das heißt ich werde da mal ein bisschen mehr darauf eingehen was ihr dort machen könnt wie es dort machen können blau schwelz rülps ihr wisst schon so was brauchen wir dazu erst einmal brauchen wir die www.kurs.com schreibe ich auch noch mal die video beschreibung den link so dann geht ihr hier auf herunterladen dann klickt ihr auf speichern vorzugsweise speichert ist dahin wo ihr es auch wieder findet also ich würde sagen desktop dort findet ihr es auf jeden fall wieder ein klick hier auf speichern wenn ihr das dann heruntergeladen habt geht ihr dann in den entsprechenden ordner also ich mache das jetzt hier unten weil bei den meisten browser wird das dann unten auch noch mal aufgelistet was man runtergeladen hat da könnt ihr natürlich auch drauf gehen dann startet ihr dass eine andere version ist ja gut das geht jetzt bei mir nicht weil ich das schon installiert habe und ich will es auch nicht die ins leber sonst wäre nämlich alle einstellungen und alles weg aber ihr braucht dort eigentlich nur den den anweisungen zu folgen dann funktioniert das schon ist eigentlich ganz leicht zu installieren gut gehen wir einen schritt weiter jetzt wollen wir natürlich auch den kurs launcher haben jenen hier dort werdet ihr erst mal das haben wenn ihr kurz zum ersten mal startet da gibt ihr hier oben eure nutzernamen ein aber es muss nicht der minecraft nutzernamen sein das kann irgendein nutzernamen sein das ist völlig egal weil das ist nämlich euer kurs nutzername dann weil ihr müsst euch nämlich erst mal registrieren bei kurs so wenn ihr das dann gemacht habt gebt ihr eure e mail adresse ein bitte keine wegwerf e mail adresse verwenden weil ich meine mich zu erinnern dass man dann auch die e mail adresse hinterher noch bestätigen muss das heißt man geht in seinen e mail postfach bestätigt dass dort dann bekommt ein link auf dem man klicken muss damit das bestätigt ist so dann hier unten passwort eingeben und hier passwort bestätigen das heißt ihr müsst das passwort wiederholen das heißt zweimal das gleiche passwort eingeben und bitte tut mir einen gefallen gebt niemanden eure login daten wirklich niemanden das passwort geht gar niemanden was an ganz ganz wichtig weil ich lese immer wieder ich wurde geld ich wurde gehackt und dann stellt sich heraus ja ich habe das meinen freund mal gegeben ich habe das mein bruder mal gegeben und aber der heck nicht ganz bestimmt nicht und am ende hat sich herausgestellt dass das die ganz schlimm finger waren also behaltet eure passwörter für euch ich meine ich habe meinen minecraft account jetzt weiß ich nicht wie viele jahre also auf jeden fall schon sehr sehr lange und ich wurde noch nicht einmal gehackt ja ich weiß nicht wie das vonstatten geht dass ständig irgendwelche accounts gehackt werden also meiner wurde noch nicht einmal gehackt auch mein youtube konto wurde noch nie gehackt meinen meinen twitter account mein twitch account oder was nie alle was bei den usern alles schon gehackt wurde das liegt einfach nur daran dass ihre passwörter einfach nicht geheim halten so hier ist jetzt ein häkchen drin anmelde informationen speichern da empfehle ich häkchen weg meldet euch lieber neu jedes mal von hand an ein ja klar das ist sicherer weil wenn ein anderer an euren computer geht und ihr habt da das häkchen drin der kann frei über eure accounts verfügen und das ist blöd ganz blöd dann ist es ein leichtes mit eurem account blödsinn zu machen also ich empfehle macht das häkchen weg oder ihr seid zu 100 prozent sicher dass niemand anderes an euren computer geht dann könnte das häkchen natürlich dort rein machen wie gesagt überlasse ich euch aber ich empfehle macht das hier weg so und wenn ihr das dann gemacht habt dann werdet ihr euch hier anmelden müssen das heißt ihr werdet euch einloggen müssen das heißt hier oben gibt ihr die e mail adresse an die ihr ja also die ihr zum 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 registrieren verwendet haben also kurz ist nicht euer minecraft login sondern eurer kurz login das ist ein anderer account ja bitte bedenken sondern gibt hier die e mail adresse die ihr zuvor zuvor eingegeben habt in der registrierung und hier das passwort dass ihr zuvor in der registrierung angegeben habt und hier auch wieder häkchen raus empfehle ich das bleibt euch überlassen wenn ihr das häkchen drin habt dann bleibt das natürlich gespeichert und ihr werdet automatisch angemeldet ist zwar sehr viel einfacher aber nicht wirklich sicher denn jeder der an eure pc kann der hat dann auch zugriff auf euren account deshalb empfehle ich macht das häkchen raus gut und wenn ihr euch dann angemeldet habt dann habt ihr dieses hier und da werden wir jetzt mal so ein paar punkte durchgehen also hier oben wird allgemein ist so angezeigt hier ist die die werbung zu anderen sachen hier twitter also man kann den auf twitter verfolgen hier zum hellen stil wechseln also hier kann man auch den stil wechseln hier kann man noch freunde finden was das hier ist ich weiß nicht was das alles ist auf jeden fall gehört das noch irgendwie alles zu denen also zu kurs so dann habt ihr hier noch die möglichkeit zu chatten das heißt ihr klickt dann eure freunde die hinzugefügt habt klickt ihr an dann landet ihr in kurs ja ja man ich mir hatten da so ein bisschen konversation so dann gehen wir hier zum nächsten punkt über das ist dann ja ihr könnt ihr noch freunde hinzufügen temporären anruf tätigen ihr könnt server erstellen ich weiß nicht wie das mit dem server funktioniert hier also da will ich auch nicht mehr darauf eingehen weil ich nicht weiß ob das geld kostet keine ahnung ihr könnt auch eine gruppe erstellen also so eine sprachgruppe ich denke dass das hier so ein server dass man da so ein chat server oder oder sprach server oder sowas erstellen kann vermute ich mal also das ist kein game server also verwechselt das bitte nicht mit einem game server also so viel weiß sogar ich obwohl ich davon nicht viel ahnung habe von dem hier aber das ist kein game server das ist ein chat oder ein sprach server je nachdem also hier könnte eine gruppe mit euren freunden erstellen könnt ihr dann mit euren freunden chatten oder sprechen also ihr seht ja hier mit headset und allem gut dann freundschaftsfragen anfragen und vorschläge findet ihr hier dort können euch von kurs selbst freunde vorgeschlagen werden oder aber ihr könnt auch freunde finden also suchen sozusagen dann hier gibt es dann so ein bisschen zu entdecken könnt ihr mal durchgucken einzelne gruppen denen ihr beitreten könnt das sind so erstellte gruppen server was auch immer sprach server server was auch immer also hier gibt es eine ganze menge auf jeden fall könnt ihr euch ja mal durch wuseln wenn ihr wollt also ich habe mich damit noch nicht so eingehend beschäftigt bin auch noch keiner gruppe beigetreten oder sonst irgendwas so und dann findet ihr unten eure spiele es wird von kurs werden hin und wieder spiele vorgeschlagen das heißt wenn ihr spiele installiert haben wird kurs euch bei dem einen oder anderen spiel was kurs zum beispiel kennt wird es vorschlagen hier du hast das und das spiel willst du das über diesen launcher vielleicht starten das bleibt euch überlassen aber das machen wollt ich habe das nicht ich mache das immer über die standard launcher die ich dazu habe hier drüber mache ich nur minecraft so dann haben wir hier unten noch einstellungen links unten da gehen wir auch mal so ein bisschen drauf ein so dann haben wir hier allgemein da können wir hier kontaktliste da hier automatisch immer erweitert immer reduziert ich habe das hier auch automatisch stehen dann online freunde verstecken also wenn ihr das an habt da werden eure freunde online versteckt ich lass das an ich habe ja nun ja mal als freund ich habe ja niemanden den ich verstecken müsste so dann favoriten bereich auswählen der favoriten bereich wird nicht nach oben in der in der kontaktliste angezeigt das könnte dann auch ein und abschalten bleibt auch euch überlassen das müsste servicen dann könnt ihr hier den stil noch auswählen könnt ihr den hellen stil auswählen ich mache das jetzt nicht weil sonst geht man ja hierzu das zumindest war das beim letzten mal oder ihr könnt den dunklen stil auswählen ich habe den dunklen stil jetzt drin dann könnt ihr hier unten noch die sprache auswählen falls eure muttersprache vielleicht französisch polnisch türkisch ist chinesisch japanisch was weiß ich hier gibt es ja einige sprachen für viele ist es ja dann einfacher sprechen zwar deutsch aber es ist dann einfacher in der muttersprache sowas zu bedienen bleibt dann auch euch überlassen so dann kurz mit windows starten das heißt ihr könnt hier entscheiden soll kurz starten wenn ihr den computer hoch fahrt oder nicht das könnt ihr dann hier grün heißt ja es startet direkt mit rot heißt nein es startet nicht direkt mit gut dann startet kurz als administrator das kann sein dass bei dem ein oder anderen gewisse problemchen gibt dass das ein oder andere spiel da nicht vernünftig startet in dem fall versucht ruhig mal hier mit dass ihr das ding als administrator startet ich brauche das hier nicht gleich nur minecraft darüber starte probiert das ruhig mal dann kann es schon manches problem beheben so dann emoticons aktivieren das habe ich deaktiviert weil brauche ich nicht ich hätte sowieso nicht so dann linke media das links to videos in images also eingebettete links die in also bildern eingebettete links im chat dann gepostet werden ich habe das standardmäßig aus weil ich will keine verlinkten bilder und ehrlich gesagt ich empfehle euch das auch denn wie schnell klickt man auf ein bild das einem geschickt wird per chat und plötzlich hat man da irgendeine seite auf die man definitiv nicht will es gibt ja auch diverse seiten die kosten sogar geld also ich empfehle euch diese eingebetteten links schaltet die ab lasst euch das nicht machen dann bestätigt bestätige drag and drop uploads das ist dies fügt bestätigungsfenster für drag and drop uploads hinzu ich weiß nicht wie das zu handhaben ist also ich mache hier sowieso keine großartigen uploads keine ahnung ich lade nichts hoch habe standardmäßig aus also sehr viel weiß ich darüber jetzt nicht software rendering modus damit habe ich mich auch noch nicht so wirklich befasst führe kurs ohne gpu hardware beschleunigung aus ja keine ahnung nein abbrechen nein mache ich jetzt nicht weiß ich auch nichts zu gut dann kommen wir zu dem konto allgemein da könnt ihr dann noch einstellen hier eure euren usernamen könnt ihr hier ändern dann könnt ihr euer passwort ändern dann könnt ihr newsletter bestellen oder abbestellen bei es ist glaube ich standardmäßig an ich weiß es nicht ich habe da ich glaube ich nie drauf rumgeklickt das war glaube ich standardmäßig an so dann hier könnt ihr noch euren twitch oder youtube account mit damit verbinden keine ahnung habe ich auch nicht gemacht weiß ich auch nicht sehr viel dazu dann hier ton für euren für euren mikrofon wenn ihr mit irgendjemandem darüber sprecht wie die qualität ist und so weiter das hier das hier das braucht eigentlich gar nicht das will ich gar nicht na gut das werde ich später noch mal einstellen weil ich würde darüber nicht zu hören sein oder was auch immer gut habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich mit beschäftigt da könnt ihr auf jeden fall einstellen was die tonqualität ist von eurem mikrofon wie laut ihr seid und so weiter sehen wir ja schon alles hier gut dann könnt ihr noch push-to-talk einstellen gut dann gehen wir weiter zu freunde synchronisieren habe ich mich auch nicht eingehen mit beschäftigt da sind dann freunde da könnt ihr dann bestätigen oder ablehnen was weiß ich keine ahnung mitteilungen könnt ihr hier noch mal einstellen da will ich jetzt auch nicht näher darauf eingewiesen weil ich hier schon nebenbei gelesen habe da will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen so dann zugewiesene tasten hier könnt ihr noch zuweisen was genau passieren soll wie zum beispiel push-to-talk könnt ihr hier eine taste zuweisen verwendet push-to-talk könnt ihr ein und abschalten dann ton ein ausschalten da könnt ihr die töne noch aus ein und ausschalten zu den einzelnen sachen stimmen schaltung ein aus müsste euch mal so ein bisschen durchlesen wie gesagt ich habe mich da mit den einzelnen elementen noch nicht so wirklich beschäftigt so im spiel in game overlay da könnt ihr dann in game erlauben dass kurs ein overlay macht bei kompatiblen spielen geht das nur hier steht sie auch extra bei minecraft geht das habe ich schon ausprobiert dann könnte so ein overlay machen so ein check overlay oder was auch immer dann automatische zuordnung erlaube kurs automatisch voice sitzung führt den für dein team zuzustellen zu erstellen wenn ihr das nicht wollt das heißt wenn ihr am spielen seid und dann sind dann auch andere in dem gleichen spiel über kurs und ihr wollt nicht automatisch in einem team chat landen dann macht das hier aus empfehle ich es sei denn ihr sucht natürlich auch leute die mit euch quatschen und zwar dann könnt ihr das natürlich auch einschalten ich lasse das aus ich möchte das nicht dann hier plugins da werden eure spiele aufgelistet da könnt ihr dann auswählen ein oder aus nein das soll ja nur zum zeigen sein so dann müsst ihr das natürlich neu starten jedes mal so dann hier minecraft da werden eure spiele auch noch mal gezeigt da könnte dann noch mal so ein paar zuweisungen machen wie zum beispiel hier ich glaube da geht maximal sechs gigabyte ja sechs gigabyte geht hier maximal wieso hatte ich eigentlich so wenig eingestellt ja weiß ich auch nicht höhe breite 1420 was jetzt sehe ich gerade hier ist was falsch eingestellt das werde ich auch noch mal ändern weil das müsste mich eigentlich breite 1000 ach ich weiß warum und zwar weil ich ja minecraft im fenstermodus spiele dadurch ist dann hier oben so ein kleiner balken die nämlich in der regel nicht auf außer ab und zu da passiert mir mal der kleine fehler da muss man dann eine kleinere auflösung wählen als der monitor hat ja ich habe auch noch einen 4k monitor aber wenn ich über den 4k monitor dann habe ich breite bild also ultra weit screen dann habt ihr im video diese hässlichen balken oben und unten wenn ihr nur ein 16 zu 9 oder 4 zu 3 monitor hat und das möchte ich natürlich auch nicht ihr sollt schon das video in vollem bild genießen können deshalb hatte ich das so eingestellt stimmt weil wenn ich das jetzt auf ich kann es euch mal zeigen 1980 mal 120 1080 sind das 1920 so 1920 1080 so wenn ich das dann einstellen jetzt geht es echt jetzt okay hat er jetzt genommen das letzte mal das nicht genommen gut dann gehen wir noch mal hier drauf desktop auflösung verwenden ok kann ich theoretisch auch machen ja das bleibt bei ja ist ja die desktop auflösung von meinem anderen monitor also wo es jetzt gerade aufnehmen wohl auch aktuell das teil hier ist wenn ich jetzt den anderen monitor einstellen würde ja dann hättet ihr wieder breitbild gut aber ich lasse das jetzt mal so anzahl der back ups pro profil das heißt das erstellt auch back ups von eurem minecraft launcher von einem minecraft launcher von euren minecraft ordner das heißt wenn da mal irgendwas schief geht könnt ihr auf dem back up zurückgreifen das heißt ihr könnt auch back ups säubern was auch immer ich habe das noch nie gebraucht deshalb kann ich da noch nichts genaueres zu sagen das heißt hier stellt ihr auch die megabyte oder gigabyte für eurem minecraft ein das könnt ihr hier nämlich dann auch regeln so dann privatsphäre dort könnt ihr dann auch nochmal diverse sachen einstellen server pns wer euch server pns schreiben kann nur benutzer die ich zuerst anschreibe also ich habe das mal so ein bisschen so eingestellt dass ich hier wenn ich am aufnehmen bin oder so über den kurs launcher dass ich da nicht dann ständig blink bing bing und irgendwas da geht dann irgendein fensterchen geht auf oder was auch immer das habe ich grundsätzlich hier alles abgeschaltet so habe ich das auch bei steam gemacht weil das ist das schon öfter mal passiert dass ich dann plötzlich im video irgendeine chat nachricht hatte oder was auch immer das blendet dann nämlich so blöd davor so dann spielaktivität und so weiter müsst ihr euch selber mal durch das da will ich jetzt nicht so genau darauf eingehen gut dann will ich euch ja noch zeigen wie funktioniert das mit dem mod packs ihr könnt nämlich selber welche erstellen hier gehen wir drauf auf benutzerdefiniertes mod pack erstellen in einem anderen video habe ich gesagt importiere werde ich jetzt hier nicht machen weil wir wollen ja nicht importieren wir wollen eigenes mod pack erstellen machen wir hier drauf geben dem mod pack einen namen dann hallo meine kraft gehen wir mal so ne hallo mein kraft so dann können wir hier eine version auswählen gehen wir doch mal direkt auf die 1.10.2 so da brauchen wir natürlich auch entsprechend die neueste forsch version ihr könnt ihr nämlich auch noch auswählen welche forsch version jeder haben wollt ich nehme jetzt mal die neueste klicken wir ok dann erstellt sich hier ein neues so und jetzt könnt ihr wenn ihr entweder könnt ihr direkt auf spielen gehen oder aber ihr klickt einfach nur auf das bild dann könnt ihr in das profil rein und dann könnt ihr hier oben oder hier wenn ihr mod stehen werdet ihr diesen button nicht mehr sehen dann empfehle ich kriegt hier oben drauf so klicken wir da mal drauf so dann habt ihr hier die ganzen mods die hinzufügen könnt so dann könnt ihr hier wenn ihr darüber geht seht ihr ja da leuchtet diese grüne button auf könnt ihr dann hinzufügen das heißt wenn wir das dann hier so installieren dann wird das direkt von dem kurs launcher heruntergeladen und das schöne ist an dem kurs launcher der lädt auch entsprechend andere mods die dazu benötigt werden mit herunter soll ich packe jetzt einfach mal so ganz frei hier irgendwelche was rein er könnte natürlich auch die mods anklicken so ihr könnt natürlich auch die mods anklicken dann könnt ihr euch die mods etwas genauer anschauen da steht manchmal noch ein bisschen was dazu hier steht jetzt nicht so viel dazu aber jetzt gehen wir mal ein bisschen höher hier tink das kannst du da steht auf jeden fall ein bisschen mehr dass wir hier da seht ihr dann auch so ein paar bilder dazu da wird euch ein bisschen was gezeigt und dann könnt ihr dann entsprechend auch entscheiden ob ihr da die mod volt oder nicht so wenn ihr das dann gemacht habt dann geht hier einfach nur auf zurück dann sind wir dann wieder hier dann seht ihr hier haben wir jetzt die mods die wir installiert haben das ist unsere mod liste ihr seht ihr dann ist der button mods hinzufügen hier unten weg das heißt künftig müsst ihr die mods hier oben zufügen so gehen wir wieder zurück so und dann braucht ihr eigentlich nur noch das spiel zu starten und alles installiert sich ganz automatisch da braucht ihr nur ein bisschen zu warten ach übrigens minecraft was minecraft ist ihr seht ihr habt der normale minecraft launcher jetzt gestartet dort meldet ihr euch ganz normal an mit eurem minecraft account also nicht mit dem kurs account sondern mit dem minecraft account wenn der minecraft launcher startet wenn ihr minecraft standardmäßig habt dass ihr schon angemeldet seid dann werdet ihr das so vorfinden wie ich wenn ihr dort noch nicht angemeldet seid dann tut das bitte mit dem minecraft account in diesem launcher hier nur bei kürz mit dem kürzler und schon mit dem kürz account bei dem minecraft launcher mit dem minecraft account so und dann braucht ihr nur noch hier die version auswählen also das mod pack auszuwählen dass sie erstellt habt ich habe hier jetzt gerade nichts anderes drin sehen wir ja hier standardmäßig ist es eigentlich schon richtig ausgewählt sondern gehen wir hier auf play und das ganze ich meine die minecraft funktioniert brauche ich euch hoffentlich nicht erklären denn wenn ihr minecraft nicht kennt also nicht wisst wie minecraft zu bedienen ist dann macht das ganze tutorial nicht viel sinn an schaut euch lieber erst mal nur toll zu allgemein minecraft an wie man minecraft installiert etc so ihr seht hier ist das ding auch schon bereit dann gehen wir mal hier auf mods ne warte mal options mods da wollte hier dann seht ihr hier eure mods noch mal aufgelistet gut brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen ich mache das mal wieder aus so dann könnt ihr auch mods wenn ihr sagt okay jetzt will ich mal ohne die mod auswählen weil ihr habt vielleicht festgestellt okay da gibt es ein problemchen probiere ich mal ob die ein oder andere mod hier probleme macht und schalte die mal ab ja das heißt ihr deinstalliert es nicht ihr schaltet sie nur ab das heißt beim nächsten minecraft start ist es dann nicht aktiv ihr könnt dann testen ob sich da damit der fehler behebt er sich nicht könnt das dann wieder aktivieren und das nächste deaktivieren bis ihr dann den fehler die fehler mod gefunden habt die möglichkeit habt ihr dann auch oder aber wenn ihr die mod gar nicht mehr wollt dann geht ihr hier einfach auf das x und auf löschen dann ist es weg dann ist es ganz weg dann müsst ihr das nächste mal wieder raussuchen und neu installieren so dann Gehen wir hier mal zurück dann könnt ihr noch 4 the beast mod pakete durchsuchen da könnt ihr euch dann fertige mod pakete nehmen die es auch so in 4 the beast gibt könnt ihr dann raussuchen da könnt ihr dann hier Moment jetzt muss ich erstmal gucken hier oben ist es da könnt ihr dann noch mal installieren also es ist ein moment ich will das mal gerade ranzoomen hier oben seht ihr da so dann gibt es ja noch die möglichkeit andere mod packs moment da will ich mal gerade hier zurück dann hier alle mod pakete da seht ihr dann alle mod pakete die es hier im kurs launcher gibt oder die im kurs launcher möglich sind teilweise auch erstellte ich will mal gucken ob unsere unsere unser mod paket dort drin ist Suchen wir doch einfach mal Ne ist nicht drin Ne das heißt ja jetzt anders da me du Ne ist nicht drin ist nicht drin ich weiß auch nicht wie man das dort rein stellt keine ahnung Habe ich keine ahnung weiß ich ehrlich gesagt nicht Also mit durch kraft ist nicht drin und name is aus und jama ist der Dings ist auch nicht hier drin Dafür habe ich euch ja den download kann ich euch ja unten auch noch mal reinpacken von dem mod paket das jama und ich erstellt haben so dann wenn ihr so ein mod paket nicht mehr haben wollen das heißt ihr seid mit dem paket fertig und Ihr wollt was komplett neues erstellen könnt natürlich auch im mod paket wieder Entfernen das heißt hier Geht einfach drauf Entfernen Ich empfehle wenn ihr so ein mod paket entfernt löscht auch die backups macht das häkchen hier rein Es sei denn ihr wollt ein backup zurück behalten für den fall dass es doch irgendwann installieren wollt weiß ich ja nicht Dann macht das häkchen raus ich mache es da rein weil ich will es ja loswerden komplett so hallo minecraft ist weg so dann habt ihr noch die möglichkeit also einmal hier noch zu spielen ist klar dann könnt ihr das profil ansehen ist klar das Hatte ich euch auch gezeigt da braucht ihr nur auf das bild zu klicken dann Profil duplizieren das heißt ihr könnt es noch mal duplizieren falls ihr zum beispiel jetzt ich sag mal ihr wollt dieses profil unverändert lassen aber ihr wollt trotzdem noch andere mods ausprobieren dann dupliziert ihr das Paket einfach dann habt ihr dann das ganze zweimal Muss ich natürlich jetzt nicht haben soll ich mal gerade gucken welches ist denn hier die kopie Das da ist die kopie da ist eine in klammer eine kleine 1 dabei das ist die kopie Machen wir wieder weg So Das heißt duplizieren könnt ihr es oder ihr könnt es komplett entfernen wie gesagt Also gibt hier mehrere Möglichkeiten so ich denke damit habe ich dann so ziemlich alles erklärt was notwendig ist oder was vielleicht wichtig ist Ihr habt dann auch meine hilfeoption könnte da auch noch mal durchgucken wenn ihr wollt Aber ich denke ich habe jetzt alles wichtige dafür ich hoffe das ist ausreichend erklärt Diese die der kurz launcher ich hoffe das reicht für euch und wie gesagt wie man ein mod paket installiert von anderen Also wie man unser mod paket insbesondere einfügt das habe ich ja in einem anderen tutorial kann ich auch noch mal verlinken erklärt ich sage bis zum nächsten mal und und